Wir können uns ein bisschen höher schämen, wenn wir euch nicht mehr machen. Ja! Er ist immer noch nicht restlos begeistert. Gegen hier spiele ich jetzt noch einen Fantasensturs. Nein! Wir haben gespielt auf zwei Kröten! Nein! Die gehaltenen zwei! Nein! Jetzt kommt man! Doch dies wird sein, dass ihr noch nach Grönschen holt! Nein! Aus zwei Ohren! Drei! Höchste Konzentration ist auf dem Plan! Dewey! Zwei! Drei! Ihr glaubt doch alles! Das kann doch nicht funktionieren! Das ist schon wieder! Das ist schon wieder!